Versucht mal ein ordentliches Gesicht zu machen, ich kann es von hier aus nicht kontrollieren. Willkommen zu Frequent Travel TV, heute wieder an einem Donnerstag natürlich das Lufthansa Group Update. Was gibt es über die Lufthansa Gruppe aus dieser Woche zu erzählen? Ganz einfach, der Service wurde umgestellt in der Economy Class auf diese Snack-Bezahl-Variante, gab dann konsequenterweise Stress mit dem Personal. Dann der Service aus Südafrika kommt, wurde reduziert und angepasst an Omikron. Und was wollen wir noch erzählen? Lufthansa hat eventuell Interesse an A350F-Frachtern. Was hat das aber mit Qatar Airways zu tun beim Lufthansa Group Update? Das sind die Fragen, die wir heute angehen. Aber haben wir noch ein anderes Thema, Mario? Wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Ich würde mal sagen, Intro ab. Geht los. Willkommen zu Frequent Traveler TV und ihr wisst, wie immer an dieser Stelle gibt es von mir den Abonnierbefehl. Aber der Mario ist jetzt weg, weil er die Glocke noch anmachen musste. Ja, ich habe dich irgendwie nicht eingeblendet. Ich mache das jetzt einfach mal on the fly. Zack, da ist er wieder. Wir drehen uns auch nicht. Ich stehe heute auf der Mario-Seite. Damit ihr wisst, warum die Glocke wichtig ist, dann seid ihr auch pünktlich wie Mario da. Und natürlich weiter geht es mit dem ganzen Liken von unserem Beitrag und ganz, ganz wichtig, kommentieren. Danke für die Kommentare. Danke für die besseren Genesungswünsche, die auf WhatsApp und aber auch in den Kommentaren waren. Dann die Anmerkung mit dem T-Shirt habe ich bekommen. Ich habe heute ein Fly Dubai T-Shirt zum Lufthansa Group Update genommen. Also insofern thematisch passend, oder Mario? Ja, absolut. Immer ganz stilsicher hier beim gepflegten Vierflieger-Talk. Heute im Presswurstflug. Ja, dann lasst uns mit dem ersten Thema anfangen. Nachdem die Triple Seven ja in Frankfurt war, was wir ja letzte Woche berichtet hatten, gibt es zum Beispiel auch einen Neuzugang bei der Lufthansa. Aber das sind Airbusse A350, ne Mario? Ja, und die kommen hoffentlich bald. Das sind ja die Airbusse, die eigentlich mal bei Philippine Airlines fliegen sollten. Ja, und jetzt ist die große Frage, wo werden sie stationiert? München, Frankfurt, Frankfurt, München. Es geht hin und her. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Und wir sind vor allem sehr gespannt auf die Business Class, auf die dort verbaute. Und ja, mal abwarten, wann es denn losgeht. Aber sie sollen ja schon im ersten Quartal 2022 fliegen. Ganz genau. Also das heißt, die erste Maschine ist ja irgendwie schon gekommen, wird nur umlackiert. Und da sollte es dann auch relativ schnell losgehen. Aber es ist wirklich in der Tat noch nicht bewusst gesagt worden, ob es München oder Frankfurt wird. Weil je nachdem, wie die Wetterlage ist, ist es mal München, mal ist es Frankfurt. Also wir bleiben gespannt. Ja. Ich würde nach Frankfurt gehen, um mit dem zu fliegen. Und ich würde auch nach München fliegen, um damit zu gehen. Also mir ist es wurscht. Aber ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. Schreibt einfach in die Kommentarspalte, Frankfurt, München. Aber keine Diskussion über Flughafen, ne? Nee, um Gottes Willen. Es wird auch auf keinen Fall Düsseldorf werden. Also insofern, es bleibt bei Frankfurt oder München. Auch Zürich und Wien scheiden höchstwahrscheinlich aus. Ja, deshalb, es wird auch nicht Paderborn. Nein, auf keinen Fall. Wenn wir schon am Flughafen sind, das war mir eigentlich gar nicht bewusst, am Flughafen, dass man da jetzt quasi auf 2G umstellt. Ja. Weil ich bin ja geimpft, du ja auch. Also insofern, ich habe mich daran gewöhnt, PCR-Tests habe ich schon lange nicht mehr gezeigt, zumindest nicht um die Lounge zu kommen. Also insofern nur konsequent. Aber müssen wir der Lufthansa einen Vorwurf machen, dass sie jetzt erst 2G einsetzen? Nein, ich denke nicht. Es ist ja, wird jetzt demnächst ohnehin der Lufthansa nichts anderes übrig bleiben, weil die neuesten Beschlüsse der Regierung und der Länder würden das ohnehin demnächst voraussetzen. Insofern kommt man entweder dem Schritt zuvor oder hat sich überlegt, es ist halt auch für unsere Kundensicherer. Also insofern alles gut, denke ich mal. Dann aber ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und zwar der Hinweis, München hat jetzt das Terminal 2 Satellite eröffnet. Aber ganz, ganz wichtig, USA und Kanada Flüge, aber es gibt keine Lounge. Also so wie wir es beim letzten Mal gehofft hatten, dass M&T Lounge aufmacht, gibt es nicht. Das heißt also, wenn ihr da hinfahrt mit der Bimmelbahn, habt ihr euch vorher mit Duty Free eingedeckt, geht in die Lounge, weil da je wird nichts, wie man so schön sagt. Also insofern ganz, ganz wichtig. Deshalb zählt da auch 2G nicht im Satelliten, weil, also es zählt schon, aber ist halt jetzt nicht so elementar, weil es halt keine Lounge gibt, ne? Ja, aber wenn es ohnehin nur Amerika- und Kanada-Flüge sind, brauchst du eh wieder 2G, weil weder die USA noch die Kanadier lassen dich ohne 2G rein. Nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmen natürlich. In der Tat. Und wir haben heute den 2. Dezember, übrigens, um nochmal kurz auf Emirates einzigen, heute ist der 50. Jahrestag der Vereinigten Arabischen Emirate, nur so als kleiner Hinweis, falls wir feiern wollen, Feuerwerk in Dubai. Ich hoffe, ihr wart auf der Palme und habt euch das Feuerwerk angeschaut. Also insofern, das nur als kleines Service. Und warum sage ich das? Weil man mit der Langstrecke nach Dubai fliegen kann. Allerdings gilt es noch nicht für die Dubai-Strecke, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber es geht nur für Nordamerika und Asien auf 37 Strecken, dass man Buy-on-Board-Snacks hat. Und da haben wir ja eine eigene Sendung zu gemacht, Mario. Ich weiß gar nicht, warst du auf der Sendung dabei? Habe ich alleine gemacht? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß es auch nicht. Es waren so viele Sendungen, ja. Ich glaube, du warst alleine. Ich bin ja zum Schluss gekommen, da ich etwas verwundert war, dass da Gummibärchen und andere gesunde Kost verkauft wurde, weil man ja so umweltfreundlich ist. Ja. Also insofern, hast du da noch eine Meinung zu? Ja, ich weiß nicht. Wir hatten das Thema ja schon sozusagen im Kleinen auf den Europastrecken. Meine Meinung hat sich da nicht so ganz geändert. Grundsätzlich, da ist ja noch etwas, wir hatten das, glaube ich, im Zusammenhang mit dem No-Alkohol-Meer auf der Langstrecke. Sofern es noch auch unbezahlte Gerichte auf der Langstrecke gibt und das sozusagen ein persönliches Update für den einen oder anderen Fluggast ist, finde ich es jetzt nicht so verkehrt, kann man sich außer Chicken oder Pasta nochmal was anderes kaufen, wenn es denn überhaupt an Bord ist. Das ist ja immer die große Frage, ne? Ganz genau. Wobei die Sachen, die ja da gekeltert sind, sind ja eher nicht in einem rottbaren Bereich von 24 Stunden. Also insofern sollte es ja ordentlich gekeltert sein, weil das nicht wirklich kaputt geht. Catering ist auch das nächste Thema, Lufthansa, Südafrika. Man fliegt weiter nach Südafrika mit den Konzerntöchtern auch. Edweiß fliegt ja, Swiss fliegt nach Südafrika, Lufthansa aber auch. Aber der Service wird eingeschränkt, Mario. Also das will man ja jetzt machen nach neuesten Erkenntnissen, wenn ich das so richtig gehört habe. Ja, also man reagiert darauf, auf die neue Virusvariante, Omikron, genau. Aber ob das jetzt alles so viel Sinn macht, ich weiß es nicht. Es soll weniger Kontakte halt geben zwischen der Crew und den Passagieren, was natürlich grundsätzlich nachvollziehbar ist. Aber ich habe keine Ahnung, ich bin kein Virologe, ob diese Omikron-Variante nun ansteckender ist als die ohnehin ja wohl schon sehr ansteckende Delta-Variante. Ich weiß es nicht. Natürlich geht die Gesundheit der Crew und natürlich auch der Passagiere vor. Aber ja, man muss es, wie die Lufthansa sagt, wohl beobachten und ja, mal schauen. Ja, ganz genau. Also ich denke mal, dass das auch eine Reaktion natürlich auf die Crews sind, die halt den Garderobenservice oder aber auch andere Servicebestandteile halt nicht machen wollen, um halt diese Kontakte oder Touchpoints, wie das so schön heißt, zu reduzieren. Und ich glaube, dass das auf so einer Südafrika-Strecke durchaus Sinn macht, wenn wir sehen, dass bei 600 Passagieren 61 positiv getestet waren. Wobei man jetzt die Story von den Kollegen, die da irgendwie aus dem Hotel getürmt waren, die Spanier und die Portugiese, von beiden Seiten gehört hat. Also einmal, dass es ein negativer Antigentest, Entschuldigung, ein positiver Antigentest war, aber alle darauf folgenden Tests negativ waren, inklusive PCR-Test. Und dass man halt eher gefängnismäßig gehalten wurde. Also es ist ein sehr, sehr zweischneidiges Problem. Ich selber, ich habe ja am Anfang gesagt, hey lustig, sind Sie sogar weggerannt. Fand das auch unverantwortlich. Aber jetzt, nachdem ihr die Geschichte von deren Seite gehört habt, schwierig. Und daran sieht man halt, wie Südafrika, aber auch die Testerei halt immer mit Vorsicht zu genießen ist. Ja, absolut. Ja, also da muss man halt wirklich vorsichtig sein, ich weiß es nicht. Mario, du musst dich ja auch testen lassen in Amerika, du musst ja PCR-Test jetzt 24 Stunden haben. Ja, nee, es geht auch ein Schnelltest. Also zumindest laut letzter Info, Schnelltest oder PCR-Test, aber ein Tag alt sozusagen. Was war es nochmal? Pittsburgh, nicht Philadelphia, der Streichkäse. Nein, Pittsburgh, Pittsburgh. Pittsburgh, Pittsburgh, Pittsburgh. Pittsburgh. Die City of Champions. Also eine Mushroom-City, also Champignon. Dann als nächstes Thema haben wir natürlich die Eurowings. Ganz einfach, Eurowings ist nach Skandinavien gegangen, hat da den Markt versucht aufzumischen und versucht das auch, nachdem die Finnair ja auch bei der SAS in Stockholm Langstrecken anbietet, hat das die Eurowings auch gemacht. Aber die Freunde der SAS sagen, so nicht, mein Freund. Und die wollen kontern, die wollen kontern mit Embryas und mit A220 eventuell. Also entweder oder. Und Mario weiß ich ja, wie er darauf reagiert, was der Anko van der Werf da macht und soll. Ob er jetzt die Embrya nehmen sollte oder den Airbus A220. Den Airbus A220 natürlich. Den Airbus A220. Ich als großer Freund des A220, ich wüsste gar keine bessere Alternative. In dieser Stelle schicke ich Benoit von Airbus, dem Präsidenten von ACJ, also für die Privatejet-Sparte nochmal viele Grüße. Vergiss nicht, uns einzuladen, Mario und mich, wenn der erste A220 Privatejet enthüllt wird nach Toulouse. Ah, herrliches Flugzeug, herrliches Flugzeug. Ja, ist geil, ne? Ja. Ja, ich finde das spannend, dass die die Ellbogen ausfahren und klappen und da Gas geben. Also insofern ist noch viel Bewegung. Und wichtig ist halt jetzt zu sagen, jetzt mit Omikron, dass viele Fluggesellschaften, die ja dann teilweise doch nicht über die Klippe gesprungen sind oder über die Klinge gegangen sind. Wie heißt das nochmal richtig? Entweder über die Klippe oder über die Klinge, das kann man glaube ich beides sagen. Kann man beides sagen. Über die Klippe gesprungen oder über die Klippe gegangen. Ja, dass ja halt jetzt durch Omikron wieder viele Sachen zurückgespult werden und damit natürlich auch viele Probleme wieder von vorne anfangen und Fluggesellschaften, da dann Probleme kommen. Und die Lufthansa, die ja eigentlich relativ gut dasteht und auch nach Aussagen besser dasteht als vor der Krise finanziell, dass die Knete dann doch relativ schnell wieder zu Ende ist. Also da müssen wir wirklich vorsichtig sein, was da passiert. Ohne Frage, ohne Frage. Wie gewonnen, so zerronnen. Man weiß ja auch nicht, wie es jetzt tatsächlich weitergeht. Und ja, schauen wir mal. Ja, also die Weihnachtssaison ist ganz, ganz wichtig und da muss Kriete reingeholt werden. Die Preise hatten sich erholt. Innerdeutsch hatte ich auch das Gefühl, dass die Flüge fast teurer waren als vor der Krise. Logischerweise, weil ja viele Marktteilnehmer nicht mehr da waren. Da war EasyJet, die ja quasi kurzzeitig komplett vom deutschen Markt verschwunden waren, gefühlt. Und da müssen wir halt wirklich aufpassen. Aber das Thema ist Flottenerneuerung. Wir hatten ja schon über die 350 gesprochen, aber die Lufthansa will ja auch die Flotte erneuern für die A350er Cargos. Also das heißt, man möchte da eventuell welche Cargo zusätzlich holen. Fand ich sehr spannend. Und warum ist das spannend? Ganz einfach deshalb, weil wir ja euch berichtet hatten über Katar, die so ein bisschen Lackschäden hatten. Ich habe jetzt Bilder gesehen und ich will auch der Sondersendung morgen, soll man es Sondersendung nennen? Ich weiß es nicht genau. Es ist einfach nur, um Buße zu tun. Der Lackschaden, die Lackschaden-Sondersendung. 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 Ich muss mich von meiner Seite etwas erstmal entschuldigen oder zurücknehmen, ehrlicherweise. Warum? Ganz einfach. Ich hatte immer so spöttig gesagt, ach, der Barker wieder. Man ist ja bekannt in Katar und Doha dafür, dass man halt einer, der ist, der kniepig ist und der auch gerne mal Leute einfach wham bam abschmiert für nix. Und der hat ja auch mal Flugzeuge nicht abgenommen, weil er einfach gesagt hat, das ist einfach scheiße. Aber nachdem ich die Bilder gesehen habe, ich werde sie euch morgen zeigen, Spoiler, Spoiler. Finde ich das schon problematisch. Und jetzt fragt ihr, was hat das mit Lufthansa zu tun? Mario, möchtest du das aufklären? Nee, das klärst du mal auf. Was hat das wohl mit Lufthansa zu tun? Dass Lufthansa, Finnair und andere Fluggesellschaften schon in 2016, glaube ich war das, an Airbus geschrieben haben, Hey Freunde, wir haben auch Lackschäden, ist ein bisschen problematisch. Da blättert gerade was ab. Genau, blättert was ab. Und also Airbus sagt ja ganz knallhart, das ist ein Dekorschaden, da passiert nix und so weiter und so fort. Und die Behörden am Golf sagen, nö, begraunten Maschinen, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, ich glaube 20 von 53 oder sowas sind bei Qatar gegraundet. Ja. Und wir haben da halt auch nichts von der europäischen Seite ausgesagt, nachdem sie in Qatar waren, weil sie gesagt haben, das ist Dekorschaden. Aber ich finde, dieses Abbröseln ist massiv. Und das, was mit Qatar geleakt hat, und da können wir uns auch morgen drüber unterhalten, warum sie diese Bilder geleakt haben, ist also das Problem, dass da Wasser eintritt und Wasser in die Struktur. Schwierig. Ja, also wie ich dann gelernt habe, bei Composite ist das ja so, das sind ja Waben. Und wenn in die Wabe Wasser reinkommt, ist das grundsätzlich erstmal ein Wumpe, weil da rostet nix und geht auch nix kaputt. Aber das Problem ist, wenn das Flugzeug startet und dann bei minus 50 Grad das Wasser gefriert, und dann wisst ihr ja selber, was passiert mit der Wasserflasche oder mit so einer PET-Flasche, die ihr im Gefrierfach vergesst oder draußen, das Ding macht einfach Peng. So, das heißt, du hast einen kleinen Tropfen, der die Wabe dann pengt, das kann unschön enden. Also insofern verstehe ich das. Und dass das bei der Lufthansa-Gruppe auch ein Problem war, war mir so nicht bewusst. Ja, nee, war uns allen nicht bewusst. Vor allen Dingen ist halt das Problem durch die Verbundwerkstoffe, die dehnen sich ja nicht aus bei Hitze oder Kälte, ziehen sich wieder zusammen wie Metalle. Die Lacke tun das aber. Und deswegen hat man wohl grundsätzlich ein Problem, wenn man Verbundwerkstoffe wie diese Kohlefaser lackiert, dass es da halt solche Risse geben kann. Aber, und da hast du völlig recht, solange das nur sozusagen ein kleiner Schönheitsfehler ist, okay. Aber wenn dann tatsächlich Flüssigkeiten, in dem Falle Wasser, in die Strukturen eindringen, halte ich das auch für ein Problem. Also, das geht gar nicht. Ja, deshalb. Also insofern ganz, ganz wichtig. Dann ein anderes Thema, bevor wir unsere Sendung von morgen einfach vorwegnehmen, gehen wir auf die freien Mittelsitze ein bei der Eurowings. Und die haben jetzt über 100.000 freie Mittelsitze verkauft, also Zusatzpakete, die gebucht worden sind. Und das finde ich doch beachtlich, dass das so gelaufen ist. Und das 100.000 Sitze sind etwa 600 vollbesetzte Airbus A320. Also insofern, das WeCare-Konzept Funktion nuckelt. Kann man sagen, kann man sagen. Und dann sind wir natürlich immer wieder im Auftrag des Herrn unterwegs. Mehr Malen, mehr Punkte, mehr Status für euch. Und da gibt es bei der MyChallenge auch neue Sachen. Das heißt also, wenn man zum Beispiel zwölf Flüge macht oder aber auch, ich habe Kollegen gesehen, mit nur drei Flügen oder auch mit, also es sind individualisierte Flüge, mit der Lufthansa, Lufthansa, Austrian oder mit der Swiss, dann bekommt man zusätzlich 5000 Punkte. Und wenn man nochmal fliegt, gibt es auch noch 3000. Also das ist sehr, sehr spannend. Ich habe sie selber bei mir nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich habe also nur diese Quartal-3-Challenge oder Quartal-4-Challenge, wo ich kompensieren muss. Aber es gibt da halt neue MyChallenges. Schaut einfach in der MyChallenge nach und einfach unten einfach mal schreiben, was eure Challenges sind, damit wir so einen kleinen Überblick bekommen. Mario, hast du eine Challenge? Nee, ich gucke mir das auch mal gar nicht an. Ich will keine Challenge machen. Ich will fliegen. Scheiß auf Punkte. Jetzt muss ich bei YouTube sagen, dass ich das Wort benutzt habe, aber Gott sei Dank war es nicht innerhalb der ersten 30 Sekunden. Ja, wir piepen das raus. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveller TV und dem Lufthansa Group Update. Heute ein bisschen über Emirates, Doha, also über Katar und UAE, wieder zurück nach Deutschland den Weg gefunden. Wir waren in Stockholm, Mario, wir müssen den Abonnieren machen. War schon auf dem Weg in die USA. Ja, genau, die USA. Wir waren einfach um die Welt rum. Also insofern... Wer oder wer? Finger, Finger, ganz wichtig. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, den Abonnierbefehl und dann vor allem auch die Glocke anzumachen, uns zu liken und kommentieren. Nein, einfach unten. Mario, Finger nach unten. Gestern hatte ich auch etwas... Ja, Finger nach unten. Könnt ihr bitte kurz unten drunter schreiben, Mario, zwei Finger bitte benutzen, dann wissen wir, wer das Video bis zu Ende geschaut hat. Das ist einfach unsere Umfrage. Vielleicht kann Mario dann auch einen Gewinn raushauen. Beim nächsten Stammtisch gibt es ein Freibier, wer sich auslöst. Mindestens. Mario ist ja eigentlich Whisky- oder Gentonic-Trinker. Vielleicht gibt es auch hartes Zeug. Ja, also in dem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Wir versuchen ja wie immer unter 20 Minuten zu bleiben, 19.47, das wird hart. Super, alles klar. Tschüss, danke, ciao. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.